Musik Ich bin im Zug von Nairobi nach Vorm Wasser. Im Wasser aus sehen wir dann den Bus nach Kittgen. Und es ist ein Kunstprojekt, das meine Mittelwohnerin organisiert hat. Und ich zeige euch jetzt einfach mal ein paar Eindrücke. Wir sind am Freitagabend losgefahren, beziehungsweise wir hatten ein Event am Bahnhof. Mit Musik, halt Livemusik. Wir haben so lange gewartet, bis es losgefahren ist. Und jetzt sind wir unterwegs. Und es dauert insgesamt wahrscheinlich jetzt was bestimmt. Und ja, bis später. Musik 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 Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.